Hätte gern ein neues Buch. Okay, das nehmen wir. Genau den Take nehmen wir. Also, unser neues Buch. Ja! Es ist total witzig. Ja, das kann man wohl sein. Sieben Gute-Nacht-Geschichten für neugierige Kids. Alle, die das erste Buch kennen. Du musst bitte nochmal anfangen. Ach man. Ja, please. Weißt du, was Outtakes sind? Nein. Dann musst du einmal mit dem Rücken. Kannst du noch einmal nicht so tanzen, drehen zu dem Buch? Hier ist es. Kannst du bitte nochmal anfangen? Ja. Das war nicht ernst gemacht. Warum nicht? Aber es ist doch lustig, wenn du mal lustig bist. Unser neues Buch. Handicke hat das geschrieben. Ja!